So, mein Lieben, wir haben endlich ihr Ica mitbekommen, wer ist ihr Ica mitbekommen? Oh, hi! Oh, yes! Yes, Applaus! Mach klatsch, klatsch, klatsch! Applaus, Applaus nicht, Applaus! Yes, very good, very good! Santé, Santé, Mama, ich habe Ica mit, Santé! Santé, this is yours! Santé, Santé! Mama, ich habe Ica mit, Ica mit! I'm happy! Yours, we have next month! Inshallah, Inshallah! Santé! Yes, Junior, thank you! Also, liebe Grüße aus Serig. Serig ist übrigens 30 Kilometer nach Antalya. Und Serig ist eine Autohändlerstadt oder Dorf, okay? Wer ein Auto braucht, muss nach Serig unbedingt! Mein Tipp! Okay, so viel von mir und es ist ein sehr gutes Restaurant hier, ein sehr gutes Restaurant! I'm very happy with this Restaurant! I like it! The name from the restaurant is Arafjet Olsson! No, no! What was the name? Pachaji! Pachaji! Yes, Pachaji! Also, liebe Grüße! We are happy! We have the Ica mit! Das Ica mit mussten wir von Antalya abholen! Könnt ihr euch das vorstellen? Wir haben zwei Stunden dort gewartet und gerammelt voll! Wir dachten immer in Alanya ist gerammelt voll! Die Ica mit stelle! Aber hier war noch voller! Noch voller! Okay, liebe Grüße! Say bye bye! Thank you! Say in Turkish? Ah, you have say in Turkish! And in France is? Au revoir! Au revoir! Und was das in Madagaskar speak? Veluma? Veluma! Veluma! Ah, Veluma! Very nice! Very nice! Veluma!